Baywatch gibt's jetzt übrigens auch in Bayern. Genauer gesagt in der Stadt Stein. Und auch wenn dort von einem Strand weit und breit nichts zu sehen ist, so kann man, wenn man Glück hat, im Freizeitbad Kristall Palm Beach eine waschechte Baywatch-Badenixe sehen. Naja, zumindest fast. Denn Michaela Schäfer gehört natürlich nicht zum aktuellen Baywatch-Cast rund um Dwayne The Rock Johnson und Zac Efron. Dennoch würde die 33-Jährige zwischen diesen Prachtburschen auch eine verdammt gute Figur machen, wie sie hier beweist. Oder was meint ihr dazu?